Klare Linien und eine offene, helle Bauweise mit großen Glasflächen. Moderne Architektur verlangt energieeffiziente Lösungen für ihre Umsetzung. Ein innovatives Verglasungskonzept ist da unabdingbar. Mit Semco Klimaglas ist der Traum von der energiesparenden Glasfassade endlich wahr geworden. Natürliche Energie, wie die wärmenden Strahlen der tiefstehenden Frühjahrssonne sind es, von denen man an frostigen Wintertagen träumt. Doch schnell wird es unangenehm warm, wenn die noch tiefstehende Sonne ungefiltert durch die Verglasung ins Haus dringen kann. Natürliche Schattenspender, wie erweiterte Dachüberstände, sind zu dieser Jahreszeit noch ohne Wirkung. Die Sonne steht einfach noch zu tief. Semco Klimaglas ist auch für diese Jahreszeit die ideale Lösung für Fassaden mit hohem Glasanteil. Eine zu hohe Strahlung wird durch die Beschichtung einfach zurückgewiesen. Durch den so reduzierten Gehwert gelangt nur so viel Energie ins Haus, wie für ein mediterranes Wohnklima benötigt wird. Mein Traum war es immer, die ersten Sonnenstrahlen nach den langen, grauen Wintertagen zu genießen. Gleichzeitig wollen wir aber auch den Überhitzungseffekt an den oft schon sehr warmen Frühjahrstagen vermeiden. Die intelligente Beschichtung von Semco Klimaglas zeigt, dass es geht. Im Vergleich zu herkömmlichem Wärmeschutzglas sorgt die Beschichtung von Semco Klimaglas dafür, dass die Wärme der Sonne nicht ungehindert in das Rauminnere gelangen kann. Überhitzte Räume werden so vermieden und auf eine zusätzliche Klimatisierung oder gar ein Verdunkeln der Fenster kann verzichtet werden. Die angenehme Wärme der Frühjahrssonne ins Haus holen ohne den üblichen Wärmestau, aber auch das natürliche Licht machen das Wohnerlebnis hinter Semco Klimaglas gerade im Frühjahr zu einem ganz besonderen. Bei der Entwicklung der Semco Klimaglas-Familie habe besonderen Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wärmedämmung von innen und Wärmedurchlass von außen gelegt. Es ist die neutrale Beschichtung von Semco Klimaglas, die es erlaubt, nahezu das gesamte Farb- und Energiespektrum der Sonnenstrahlen in die Wohnräume gelangen zu lassen, ohne einen Sauna-Effekt zu erzeugen. Viel natürliches Licht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang steigert unser Wohlbefinden. Und das ist es, was wir wollten. Wer will schon die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr direkt durch eine Beschattung wieder aussperren? Mit Semco Klimaglas war es einfach, ein Haus zu bauen, in dem wir die Sonne genießen können, ohne zu schwitzen. Ein mediterranes Wohnklima zu jeder Jahreszeit. Semco Klimaglas lässt diesen Traum wahr werden.